Dieses Immobilienvideo wird Ihnen präsentiert von Horn Immobilien, Ihrem Videomakler für die Region Neubrandenburg, Dermin, Müritz, Mecklenburg-Strelitz und Uecker-Rando. Warbende bei Möllenbeck befindet sich im Naturpark Feldberger Seenlandschaft in der mecklenburgischen Seenplatte, circa 20 Kilometer von Neubrandenburg und Neustrelitz entfernt. Hier, rund 30 Kilometer von der Autobahn A20 entfernt, erwartet Sie dieses massiv gebaute Einfamilienhaus im Bungalow-Stil, mit einer Grundstücksfläche von insgesamt 629 Quadratmetern. 2005 gebaut ist das Objekt in einem sehr guten Pflegezustand und als noch fast neuwertig zu bezeichnen. Beim Betreten des Hauses wird man von einem großzügigen Flur begrüßt. Von diesem aus gelangt man in jeden der vorhandenen Räume. Mit seinen 26 Quadratmetern nimmt das geräumige Wohnzimmer einen großen Teil der zur Verfügung stehenden Gesamtwohnfläche von 103 Quadratmetern ein. Der wärmespendende Kamin gehört dabei ebenso dazu, wie die große Fensterfront und die doppelflügelige Terrassenausgangstür, die direkt auf die einladende Sonnenterrasse führt. Gleich daneben geht es ins Schlafzimmer. Der dritte Raum eignet sich hervorragend als Kinder-, Arbeits- oder Hobbyzimmer. Die große Küche mit Einbauküche ist bestens zum entspannten Kochen geeignet. Auch eine gemütliche Essecke kann in dem geräumigen Raum Platz finden. Ein weiteres kleines Highlight ist das moderne und ebenfalls sehr großzügig geschnittene Badezimmer. Egal, ob für die schnelle Dusche zwischendurch oder ein ausgiebiges, prickelndes Badeerlebnis, dieses Bad lässt keine Wünsche offen. Sehr praktisch ist auch der Hauswirtschaftsraum, quasi die technische Schaltzentrale des Hauses. Dennoch bietet auch er großzügige Unterstellmöglichkeiten. Die Flüssiggasheizung mit ihrem unterirdischen Tank sorgt dafür, dass die Fußbodenheizung das Haus mit wohliger Wärme versorgt. Das Obergeschoss ist nicht ausgebaut. Hier stehen aber noch einmal 50 Quadratmeter zur Verfügung. Im Garten befinden sich eine Wasserzisterne, ein Gartenteich und ein kleines Gartenhäuschen. Dank der Garage und des Carports können zwei Fahrzeuge geschützt untergebracht werden. Diese wunderschöne Immobilie könnte Ihr schönster Ort der Welt werden. Ihr Zuhause. Für weitere Fragen rund um das Objekt stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Dieses Immobilienvideo wurde Ihnen präsentiert von Horn Immobilien, Ihrem Videomakler für die Regionen Neubrandenburg, Demmin, Müritz, Mecklenburg-Strelitz und Ücker-Rando. Untertitelung des ZDF, 2020